Hallo meine Friends und herzlich Willkommen zu Lucky Washi Ich bin immer noch dafür, dass wir Merch machen mit Lucky Wasch und dann so eine Waschmaschine mit einem Lucky Block drin Leute, wir haben heute neue Lucky Blocks, die YouTube Lucky Blocks Ich habe gehört, die wurden von irgendwelchen Typen gecodet, die wir kennen Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an Palutens Hat, kann man den anziehen Ach, sogar deutsche YouTuber Lucky Blocks Jaja, die wurden von dem Lucky Block Team gecodet da, von Basti Okay So, was habe ich Oh, GTX 1080 Ti Ich habe 17 Grafikkarten bekommen Was, was geht mit dem? Vielleicht kannst du auch mit irgendwas behaupten Ja, mit dem kann man, ich glaube irgendwas Oh ja, ein Gaming Sword 500 Attack Damage In Intel Core i7 brauche ich aber noch Habe ich noch nicht Ey, die sind ja richtig cool Die sind nice Wtf, das ist einfach ein riesen Wtf Hä Hä Was ist das? Digga Ich muss mal kurz Leck 2 machen Leck, äh doch Leck 2 Wtf, was war das? David? Ja Ich hatte hier gerade so ein, äh Ähm, riesengroßes Äh, wie heißt's? So ein richtig großes, äh, Flash So ein richtig großes, äh, Flash Okay Weiß was, wann nicht enttäuscht sein wär? Was nicht enttäuscht wär? Was? Wenn von uns nix hier drinne ist Mh, ja schon Wow, fuck, was war das? Hä? Wtf Hä? Was denn? Du hast hier irgendwas gespawnt, alter Plötzlich komplette Mitte gefickt Ich seh's Ich weiß nicht, ich hab grad so gedacht, hä, warum komm ich nicht an? Und dann häng ich hier plötzlich drin Hier muss doch irgendwas sein Als ob hier nix ist, man Du hast wirklich alles kaputt gemacht Als ob, das kann doch nicht sein, ja Da ist doch bestimmt irgendwo ne Eingang Ne, man Ey, Wtf Nope Egal Hast du auch Enderperlen bekommen? Ja, ja Nein, geht weg Warum kommt hier nur Scheiß? Lol Oh mein Ah, da drin Oh 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 Nein Aua 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 Okay, egal was da drin war, ich hab's kaputt gemacht Irgendwas war da drin in diesem Badrock Teil, aber ja, man weiß nicht was, ja ich hab da auch so den TNT drin gespawnt. Hä? Oh YouTube Gaming Boots? Können die was? Slowfall, Solidcore, Jumpboot, ooooh, ooooh, was hab ich jetzt bekommen? YouTube Helm, lol. Oh, ach fuck, jetzt hab ich wieder, ja ich, äh, ich weiß wie man Sachen verdoppelt, ist nicht gemollt. Hä, jetzt ist er weg, ETF. Ooooooh, ne ist egal, das gibt nen Bug, da kannst du Sachen verdoppeln. Lol. Okay. Gaming Blöcke, kann man die abbauen? Ah, hä, lol. Hä? Oh, was ist das denn? Ach, man kann mit den... Was? 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 Oh mein Gott, man kann mit den Gaming Boots fliegen. What? Die sind wie die Slime Boots. Wie die Slime Boots. Oh, was kann man mit denen machen? Ah, okay. YouTube Gaming Sword. Aha. YouTube Gaming Helm. Oh, oh, da kann man was Gutes machen. Da kann man eine YouTube Gaming Rüstung. Wenn ich direkt mal ausprobieren. Direkt... Hä? Wieso kommen da nur Leggings raus? Lol. Ja, die Dinger sind... Diese Dinger sind falsch. Was sind falsch? Ja, die Rezepte. Ja, kann sein. Yo, Alter. Alter, die YouTube Gaming Rüstung ist ultra. Die gibt dir richtig krasse Effekte. Ich hab's nur gesehen. Aber ich hab kein Holz. What the fuck? Hä? Ja, Gott sei Dank weißt du nicht, was da oben ist. Lol. Ja, ich hab Items for Sacred. Ich hab Katze als Ding bekommen. Ja, aber wieso wir nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir noch. Nein. Safe kommen wir nicht. Okay. Jetzt frage ich mich halt, was besser ist. YouTube Gaming oder... Die normale YouTube... Ne, YouTube Brustpanzer. YouTube Gaming Chessplay. Was ist besser? Ich glaube das. Yo. Oh, Schwert bekommen. Gaming Sword. 5000 Tech Damage. Ja, hm. Hey, wo hast du das Holz her? Das kommt da oben raus eigentlich. Also hab ich raus... Also ich hab äh... 27... Ne. Ne, ich hab 24 Crafting Table bekommen. Oh, hier fliegt eins! Was fliegt? Und fliegt die Crafting Table rum. What the fuck? Hapes Baloui Chessplay. Ah, ich will dich aber nicht hinsetzen. Ah, jetzt hab ich das Ding bekommen. Jetzt hab ich das bekommen. Was hast du bekommen? Ah, da kriegt man nur das Gaming Sword. Das Gaming Sword hab ich. Das ist kacke. Oh, was hab ich da bekommen? Was hab ich da bekommen? Kommt. Eine Music... Musik Sense. Aha. Es ist nicht so gut wie das. Ich mach ja mal alles weg. Ich brauch das ja nicht mehr. Zack, zack, zack. Zack. Oh, was ist das? Sadusa zum Werfen. Aha. Ja, wir sind hier nicht drinnen. Richtige Faggots, man. Weiß nicht, vielleicht kommt da noch was. Nein. Wenn nicht, find ich auch assi, Alter. Richtig assi, wenn wir da nicht drinnen sind. Okay, was kommt da? Der Ficker 9001, aha. Lol. Alter, was... Alter. Lol, wirst du mir hin. Was? Digga, was hast du da bekommen? Was? Alter. Was hat das gemacht? Du hast mal ne Hustung gefickt, Alter. Komplett? Ja. What the fuck? Ey, WTF, Mann. Guck mal, der Storm ist wieder da. Aber kein Daraus. Bang. Oh, was hab ich da bekommen? Bibis Abzocke zum Werfen. Aha. Was hab ich da? Lifestyle Material. Oh. Okay. Digga, hör auf. Ich will die noch alle aufmachen, die sind cool. Ja, mach auf. Aber wir sind hier nicht drinnen. Das gibt ne dicke, fette Anzeige. Ja, hast du schon recht. Dann zieh ich... Schwer. Na gut, man ist besser. Aha, was ist das? Kevin. Wo ist das? Geh weg, Alter. Okay, irgendwas? Irgendwas laggt. Der Server ist glaube ich rebt, oder? Ja. Ne, ne, ne. Oh Gott sei Dank, Alter. Doch, doch, weg. Na gut, den könnt mal rausnehmen. Jetzt hab ich auch irgendwie ein Item dupliziert. Ja, das ist auch zu sehen. YouTube Boots. Lol, wieso kann ich plötzlich... Ja, mit irgendwas kann man fliegen. Lifestyle ist. Ich kann fliegen. Ich nicht. Läuft, Alter. Weißt du, so einer wie Dr. Banks wurde da reingecodet. Aber wir nicht. Baloui kommt ja auch noch, alles klar. Wir sind da nicht drinnen. Gib ne dicke Anzeige, dickes Dislike. Dislike. Gib richtig Dislike, Mann. So. Ich glaube, bei uns lädt irgendjemand was runter, deshalb hab ich die Legs. Okay, da kam nix. Hast du gehört? Was? Bei uns lädt irgendwer safe was runter, deshalb hab ich die Legs. Woah, shit. Komm, lass mich mal hier. Was kann man damit? Lol. Okay, krass. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht krass aus. Okay, da kam, Alter. Oh, 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 oh. Oh, was kam jetzt? Ah. Okay. 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 Alter. Alright. Instant Damage. Instant Damage. Sieht gut aus. Kannst du auch fliegen? Nein. Wow, shit. Ich muss ein bisschen was los werden hier. Ein bisschen was, dann kann ich nämlich wieder. Zack, zack, zack. So. Was ist das? Aha. Aha, aha, aha. Kommt jetzt alles weg. Brauche ich eh nicht. Oh, nice. Oh, nice. Ja, wenn... Ich frag mich, was die machen. Ist lag glaube ich wieder. Ah, ja, Mann. Okay, was hat es dir gegeben? Im Endeffekt. Das gibt auch noch. Wow, Digger. Haha. Tschüss. Ja. Wow. 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 Meine Boots sind kaputt. Ich kann nicht fliegen. Und ich hab keine Blöcke. Nice. Gar keine Blöcke. Doch, ich hab hier noch ein paar Blöcke. Ich hab nur kein Holz. Ja, dass du kein Holz hast? Ich will Holz haben. Ich muss mich jetzt hier irgendwie rüber. Irgendwo Holz. Junge, was hast... Wieso hast du einen Bogen bekommen, Alter? Ich weiß, es ist nur Baluibogen oder so. Guck mal, ihr gebt nicht das daraus alternative Hurensohn Schwert. Wieso gibt es nicht das daraus Hurensohn Schwert? Ja, weiß nicht. Vielleicht... Bist du einfach zu unbekannt. Alter, Latzmann. Hast du hier nirgendwo ein guter, guter Holz? Was soll ich haben? Holz. Warum... Was soll ich dir Holz geben? Ja, ob du... Du hast hier doch eine Crafting Tables. Aber ich glaube... Ich habe Crafting Tables bekommen, Digger. Wow. Aber die dürfen da eh noch rumliegen, glaube ich. Meinst du? Ja, bestimmt. Ich habe die irgendwie runtergeworfen. WTF, Alter. Deine Wolle ist weg. What the fuck? Ich habe Enderperlen, Digger. Wow. Also ich glaube mit den Boots konnte man fliegen oder so. Keine Ahnung. Ja, denke ich auch. Ich habe auf jeden Fall so eine Chestplate. Aber die gibt zwar geile Effekte und strange und so. Aber... Sie ist nicht so... Nice, dass ich jetzt sagen würde. Ist der Sack? Wenn der Wolle ist weg. Wenn der Wolle ist weg. Ah fuck. Fuck. Ja. Nein. Wir haben uns gegenseitig getötet. Nein. Doch, klar. Wir haben uns gegenseitig getötet. Eddie, die Enderperlen kamen gut mit dem Trank, oder? Holy shit. Das war heftig. Schon wieder unentschieden, Alter. Wir machen nur noch unentschieden. Ja, was? What the fuck? Auf jeden Fall coole Lucky Blocks. Nur finde ich es assi, dass wir nicht dabei sind. Ja, das muss abgeändert werden. Ich meine... Es sind einfach Leute dabei, die... Also zum Beispiel Banks gehört gar nicht so zu unserer Aufnahme-Crew. Ja, das meine ich ja. Und Palui macht überhaupt keinen Lucky Block mehr. Und wir, die einfach jeden Tag Lucky Block machen, sind nicht dabei. Ich weine. Ich gehe jetzt gleich ins Bett, kauere mich zusammen und weine. Ne? Läuft, aber der Bogen ist krass. Der ist krass, guck dir das an. Ja, ja. OP. Aber Leute, sagt doch mal, wie ihr die neuen Lucky Blocks findet. Ich finde sie ganz nice, außer dass wir nicht dabei sind. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut bei David vorbei. Tschüss. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.